Hallo und herzlich willkommen zum Nordrhein TV Gamescom Special. Wir sind hier im Eventbereich von der Gamescom. Hier kann man verschiedene Sachen ausprobieren, wie zum Beispiel E-Bike fahren. Das ist allerdings erst ab 18 oder in Begleitung der Eltern. Genau wie Kartfahren dahinter unserem Kameramann. Und ganz hinten kann man Fußball und Basketball spielen. Ja, das ist halt ganz nett hier. Ja, und das war es auch schon wieder von Nordrhein TV. Tschüss, danke fürs Zusehen und abonniert, kommentiert und favorisiert. Danke.